Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Ball ist drin, vom Pfosten geht der Ball ins Tor Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen Jetzt kann das Tor fallen Und da haben wir es, das Tor Jetzt sehen wir den Treffer nochmal und da hat er sich gut durchgesetzt Super gemacht, mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball, das war gefährlich Er ist zur Stelle ein Klasse-Keeper Die Riesenschutz von Müller Sie bringen den Ball im Tor unter, aber wir sehen es, echter Jubel kommt nicht mehr auf Weil es einfach zu spät kommt, das wissen sie auch Vielen Dank, dass Sie kurz rübergekommen sind, um uns ein paar Fragen zu beantworten Die Riesenschutz von Müller Danke für dieses Gespräch. Danke für dieses Gespräch. Danke für dieses Gespräch.